Musik Nach nur 10 Monaten Bauzeit ist im Süden von Berlin das modernste Volvo Truck Center in ganz Deutschland entstanden. Über 11.000 Quadratmeter Fläche für Büros, vier Reparaturbahnen, einer Prüfbahn und Stellplätzen bieten beste Voraussetzungen. Und die Lage ist optimal. Also mit diesem Standort sind wir jetzt viermal rings um Berlin vertreten. Das heißt, unsere Kunden können in einer akzeptablen Zeit von jeder Ecke Berlins einen Volvo Standort erreichen. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier in der Nähe den neuen Großflughafen in Berlin, Berlin-Schönefeld. In sieben Kilometer Luftlinieentfernung wird sicherlich in der Zukunft eines der größten Logistikzentren rings um Berlin entstehen. Und da sind wir wirklich froh und unsere Kunden auch, dass wir in dessen Nähe sind. Das Volvo Truck Center Wildau liegt direkt an den Autobahnen A10 und A113 und ist damit gut erreichbar für Lkw-Fahrer aus ganz Deutschland, Osteuropa und aus der Region. 32 kompetente Mitarbeiter und eine Werkstattausrüstung auf dem neuesten Stand stellen sicher, dass im ISO-zertifizierten Volvo Truck Center Wildau jeder Handgriff sitzt, notwendige Arbeiten schnell erkannt und sauber durchgeführt werden. Egal ob es um kompetenten Service, hochwertige Ersatzteile oder Lkw-Zubehör geht, im Volvo Truck Center Wildau ist der Kunde in jedem Fall bestens aufgehoben. Unsere Kollegen werden ständig geschult, sind somit immer auf dem neuesten Stand der Technik. Auch haben wir viele Facetten an Reparaturleistung, zum Beispiel reparieren wir Auflieger, Transporter, Busse, egal was kommt, ob es Aluschweißarbeiten sind. Es wird hier kein Kunde weggeschickt, wir werden alles reparieren, was ist und sind bis jetzt damit eigentlich ganz gut gefahren. Die Wartezeiten werden dabei so kurz wie möglich gehalten, denn im Volvo Truck Center Wildau weiß man sehr genau, die Lkw-Fahrer müssen so schnell wie möglich zurück auf die Straße.